In in avanti per Asamoah, in mezzo a cercare Dybala, 3 a 0 della Juventus. Und er hat einfach nur kranke Werte, 89 Tempo, 87 Schuss, 81 passen, 92 Grimling, die 4 Sterne Skills hat da ein kranker Spieler, hat ja ein Upgrade bekommen und deswegen ist seine Informkarte, ich glaube seine zweite Informkarte ist das jetzt auf 83 hochgegangen und darum habe ich mir dann ein No Link Wasted Team gebastelt, was insgesamt richtig geil aussieht, wir haben viele verschiedene Ligen, viele verschiedene Nationen und dann hier auch kranke Informs mit Reus, Quadrado, die hatte ich jetzt noch alle im Verein, deswegen dachte ich mir, baue ich die zusammen. Und falls ihr jetzt sagt, das Team ist mir zu teuer wegen den ganzen Informs, ihr könnt euch das ganze Team natürlich auch so basteln, dann ist es nicht ganz so teuer, dann müsste das eigentlich erschwinglich sein für so ziemlich jeden. Ja Freunde und haben wir sonst noch was zu sagen zum Team? Eigentlich nicht viel. Ja Freunde und gestern kam ja kein Video, dafür wollte ich mich nochmal entschuldigen, ich fühlte mich einfach nicht gut, ich habe es probiert, ich saß ungefähr 2 Stunden dran, habe das Intro aufgenommen, das Team natürlich gebaut und dann auch versucht ein Spiel zu machen, aber ich konnte mich einfach gar nicht konzentrieren, dann ging es teilweise wieder, dann ist der Gegner aber schon nach 20 Minuten rausgegangen. Deswegen hatte das einfach gar keinen Sinn und ja, dafür wollte ich mich entschuldigen, deswegen kommt das Video heute ein bisschen früher, ne bringt später noch ein Video, also kommen heute 2 Videos am Tag. Und ja, jetzt haben wir genug gelabert, gehen rein ins erste Spiel, let's go! Und da haben wir auch schon unseren ersten Gegner mit einem Liga-BV8-Team und einem kleinen Mix aus, ja, verschiedenen Ligen, eigentlich hat er noch die italienische Liga, dann hat er noch Kurzawa, also sieht nicht schlecht aus, der hat noch diesen Williams drin, den hatten wir auch bei Fate, der geht richtig ab. Oh mein Gott, was für eine Kombi! Und vom Cuadrado, zack, geht rein, bleibt hier nochmal stehen, Waka, Waka, bringt jetzt die Flanke auf Reus! Und der Ball ist immer noch heiß, boah Reus, Alter, wie der sich durchsetzt, bleibt hier erstmal stehen mit dem Roulette, legt ihn jetzt auf, doppelt, schön! Oh, ist das zu schön! Jamis, auf die Baller, der geht rein, der macht das stark! Meter! Ohje, 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 mit dem muss man einfach nur durchziehen! Nein! Oh, da läuft einer. Und den kriegt er, wie nimmt er den mit, Freunde, wie nimmt er den mit, Ibala, der muss er machen, aber Reus ist da, 1-0, Colasso in der 54. Minute, starker Pass hier von Varane, super mitgenommen, den muss er eigentlich schon reinmachen, aber Reus ist da, Camaranta, Marco Reus, 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 Reus. Bam, jetzt drehen wir auf, Freunde, zack, legen den hier vor, und legen den jetzt auf Ibala, den macht er rein, 2-0, 55. Minute, direkt eine Minute später, machen wir hier eigentlich schon alles klar, starker Pass, gut wieder mitgenommen, und diesmal macht er ihn rein. Schön Quadrat, und jetzt auf Ibala, Junge, und dass der schnell ist, das wissen wir alle, komm, auf Rille, Chop rein, und jetzt, Colasso, hoho, die Ibala, nur vom Feinsten, spielt sich fast schon wie Messi, Freunde, kranker Typ, super gemacht hier, schauen wir uns nochmal an, reingechoppt, und dann Perfinesi, in die Lange, okay. Komm, Ibala setzt sich hier durch, macht er seinen Headtrick, der macht den nicht, der macht den nicht. Der ist am Zaubern, ja, Freunde, da ist der Sieg, wir gewinnen 3-0, Ibala mit zwei Toren, klarer Sieg, Freunde, man muss aber auch sagen, der Gegner war jetzt nicht so gut, wir gehen rein ins zweite Spiel, und da haben wir auch schon unseren nächsten Gegner mit einem Bulli-Team, und ein bisschen, äh, Juventus Turin hat er dabei, Müller hat er, Ribery, Benatia, Bonucci, also sieht schon nicht schlecht aus, Quadrado hat er auch dabei, da würde ich sagen, auf ein gutes zweites Spiel. Komm, Petre, check mal, was du da drauf hast. Thiago! Uuf, schöner Pass, wo kommt der denn an, und die Ballen, wieso macht der den nicht rein, Quattrato jetzt am Ball. Quattrato. Philipp Lahm mit dem 1 zu 0. Der kleine Mann mit dem kleinen Abstau. Aber erstmal schöner Elastico. Und dann Elastico. Und dann Golasso de Philipp Lahm. Ich zeige euch jetzt mal, wie man mit Dybala spielt. Er sagt, er muss einfach nur laufen, laufen, laufen. Und schwindelig laufen. Jetzt wird es gefährlich. Müller legt den Ball. Den ab, den legt er ab. Oh, shit. Oh, shit. Wir haben keinen zurückgebracht. Also das war stark. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Zack, zack. Oh, der Ball ist noch heiß. Dybala, Dybala. Klatscheier an die Latte. Die Offenbarung der Unkonzentriertheit befindet sich im höchsten Stadion. Oh, der kleine Pisser fuckt mich ab. Der ist nur am Container. Aber jetzt stark gespielt auf Thiago. Schön. Jetzt wird es eng. Aber ein Finessi ist drin. Ey, was ist das denn? Wie viel Glück kann man denn haben? Ja, Freunde, wir verlieren das zweite Spiel. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war nicht mehr so konzentriert wie beim ersten Spiel. Natürlich war der Gegner auch besser, aber scheiß drauf. Ja, hier sieht man es auch. Wir hatten viele Chancen, aber im Endeffekt haben wir verloren. Hier mache ich mir jetzt nichts Großartiges draus. Normalerweise werden wir den vorhin in deinen Arsch fissen. Ja, Freunde, dann war es das soweit auch von dem Squad-Bilder. Das Team hat mir sehr gut gefallen. Dybala geht ab wie so ein Zäpfchen, dass du gerade hinten reingestellt hast. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr die Coins habt, baut euch das nach. Auch wenn ihr die normalen Spieler euch leisten könnt. Das reicht schon, Freunde. Das Team geht wirklich richtig ab. Ich muss sagen, mir gefällt so eine 4-3-3-Formation schon ein bisschen besser als so eine 4-3-2-1-Formation. Aber das ist ja Geschmackssache. Kann man ja zur Not auch im Game noch umstellen oder wie auch nochmal. Ja, Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das war es soweit von mir. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut. Und checkt später natürlich noch das Video von der Nähe ab. Bis zum nächsten Mal.